Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofberg. So, wir machen hier weiter mit dem Pflanzenschutz. Den müssen wir noch ausbringen. Und los gehts. Die letzten Bahnen noch ziehen. Viele war es zum Glück nicht mehr. Aber ein paar Bahnen haben wir halt noch. Das müsste ich halt nicht vermeiden. Das ganze habe ich nicht geschafft, weil ich noch unterwegs nachfilmen musste. Aber so ist es halt. Ich habe zwar den Unimog drauf, den ich auf der Hot Mütze. Aber warum sollte ich das so machen. Mal kurz ausschalten. Und als nächstes wird dann nochmal gedüngt. So. 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 So rumdrehen. Ich habe da ein Pflanzenschacht. Aber da ist ein Pflanzenschacht. Aber da ist ein Pflanzenschacht. Der hat das da bisschen verhindert. So dann die letzte Bahn noch und dann haben wir das Ding wieder in Sack und Tüten. So dann brauchen wir es eh nicht. So haben wir es gleich geschafft, dann hier ist das Ding nochmal zusammenklappen und nochmal auffüllen. So können wir es dann schon mal wegstellen. Oh, wir haben es auch nicht hingeblieben. So, die müssen wir sauber machen und hoffen, dass wir heute mit der zweiten Düngerstufe anfangen können. So, Homo. Let's go. Und Attacke. Tanken muss ich den Stuhl noch. Da bin ich halb voll. Nicht, dass wir auch wo stehen bleiben. Darauf habe ich keinen Bock. Das hatte ich schon nicht mehr, wo ich es verpeilt habe, das Tanken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. So. 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 Jetzt machen wir jetzt erst das volle Programm Waschen. Warten, weg damit! Die Zeit nehme ich mir, dann fange ich aus der nächsten Folge an mit. Mit Kompost düngen. Das muss alles selben. Das hilft alles nichts. So viel Zeit muss sein, ganz ehrlich. Das ist meine Meinung. Wenn ich es dann vernachlässige, wird es dann unnötig teuer. Und das muss dann auch nicht sein. So. So. Oh, zack. Was ist da eigentlich so passend? Ne. Ja, muss noch ein Stück weiter rein. Hier vorne steht der Aushalt vom Trigger. Kommt Trigger. So. 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 Kann man schon mal, meinst wie der Vollkompletten, ich wollte sagen, das Teil ankleiden. Aber es ist ja okay. Ist ja okay, wie schön. Keine Person oder irgendwas. Oder was man ankleiden kann. Es ist ja ein Traktor. Ohne damit abwertend zu klingen. Aber wir können wieder alles dran tüdeln, was wir abgetüdelt hatten für den Pflanzenschutz. So, auf geht's, vorher noch tanken und dann geht's los. Liegt zum Glück alles auf dem Weg mit dem tanken. Nee, hat's geklappt. Wollte gerade sagen, ich habe die blöde Eimerbefüllung drin, aber da sieht man die nicht. Ahhhh. Diesmal den Auge geflogen. Ich bin hier richtig happy, dass es nicht mehr geklappt hat. So. Denken wir den Sarsrand hin. So. Oh, man. So. So. Let's go. Uh-huh. So. Let's go. Uh-huh. So. Wie haut sie mit so 9 Meter Breite da her? Egal. So. 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 So, we'll do it. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Runde vorgewind, der haben wir schon mal. So, delete. Vielen Dank. So, delete. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und die zwei haben wir auch fast geschafft. Oh, wir sind gleich leer. Wir sind gleich leer. 2% noch bis vor. Das war etwas enge. Wir haben es vorgeschafft. So, wir sind jetzt die zwei Runden halten können. Okay. Okay. So, wir kommen. So, wir kommen. Wir kommen ja voll. Wir haben keine Zeit. Wir essen zeitig. So, wir kommen ja voll. So, wir kommen ja voll. Wir kommen ja voll. So, 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 wir kommen ja voll. Wir kommen ja voll. So, 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 wir kommen ja voll.